Shakes and Fidget Tagebuch Liebes Tagebuch 825.000 Gold hab ich Damit kann man schon ordentlich was shoppen Vor allem Epics So bevor ich jetzt anfange darf ich nicht vergessen Gestern So um wann hab ich das gemacht? 13 Uhr glaube ich meine Abenteuerlust Hat das Reitier noch 3 Stunden gehabt Und ich hab's natürlich nicht gleich erneuert Weil sonst hätte ich das jetzt über Nacht und so weiter schon unnötig Wieder bezahlt gehabt Deshalb liese ich das jetzt Aber da muss man dann immer dran denken Da darf man's dann am nächsten Tag nicht vergessen neu zu leasen Wie auch immer So ich hab 91 Dungeons Bin fast Stufe 142 Das werde ich jetzt schnell erreichen Check mal die Läden ab Und eigentlich hab ich heute ein Ziemlich interessantes Shakes and Fidget Thema vorbereitet Naja ziemlich interessant Einige interessiert sicher Das weiß ich aus den Kommentaren Aber es Oh 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 das kaufe ich mir Das kaufe ich mir 13 Intelligenz mehr Süßer kleiner Teddybär Oh Bist du süß So Aber es kam ein Thema dazwischen Ein sehr aktuelles Thema Und zwar hab ich jetzt Realm of the Mad Gott Dieser coole Stylische Pixel Indie RPG Shooter Also so ein Game gibt's einfach nicht Das ist ja Unfassbar einzigartig Da hab ich das Let's Play Gestern beendet Oh moi da gibt's nen Pilz In den Shakes and Fidget Comics Ist es ja so Dass immer irgendwo ein Pilz versteckt Ist das in den Bildern auch Das wäre der erste Pilz Glaube ich Der mir jetzt aufgefallen wäre Muss ich mal drauf achten Ja und Nach 30 Folgen Hab ich dieses Let's Play Beendet Ich hab erstens Alle Charaktere Auf Das Maximallevel Level 20 gespielt Hab alle Klassen freigeschaltet War in so gut wie jedem Dungeon Ich weiß es gibt noch Andere Aber war in einigen Dungeons drin Hab Bei manchen die Bosse gesehen War bei den Bossen natürlich nicht immer Vorne mit dabei Wie jemand der Das Spiel schon monatelang durchsuchte Der kennt sich natürlich mehr aus Hat mehr Selbstbewusstsein Dass er einfach zu den Gegnern vorrennt Und ich war da ein bisschen Schüchtern Hatte Angst Weil ich wollte nicht sterben Ich hab immer so gute Items bekommen Und so weiter Genau die Items Ich hab sehr viele Items erhalten Und Meiner Ansicht nach Hatte ich so das Gefühl Dass es jetzt Schluss ist Dass irgendwie Nichts mehr Spannenderes kommen kann Natürlich Es hat dann geheißen Es gibt so weiße Säcke Also kurz zur Erklärung Der Loot ist in verschiedenen Säcken In diesem Game In braunen Säcken Die normalen Sachen Dann gibt es noch so lilane Da sind seltenere Sachen Nur für mich selbst drin Die sehe nur ich Dann gibt es noch blaue Und weiße Und ich hab zum Beispiel Keinen einzigen weißen noch gefunden Weil die eben Extrem selten sind Und nur bei ganz starken Gegnern Und so weiter Ja und dann hieß es eben Ich soll Wow level up Ich soll noch weiterspielen Weil ich zum Beispiel Noch keinen weißen Sack gefunden habe Und viele Leute waren Traurig Manche haben es hingenommen Manche haben gesagt Du sollst unbedingt noch weiterspielen Und so Und es war wirklich eine schwere Entscheidung So ein Let's Play zu beenden Ich hatte wie gesagt 30 Folgen Jede Folge so In etwa 15 bis 20 Minuten Manche sogar noch länger In etwa waren es dann 8 Stunden Videomaterial Glaube ich Und Ja Es war echt schwer Und es ist auch schwer Für mich als Let's Player So ein Online Game Zu beenden irgendwie Weil Das ist nicht einfach so Das muss man sich mal Ein bisschen überlegen Das würde mich auch freuen Wenn man da ein bisschen Nachsicht mit mir hätte Das ist nicht so Wie wenn ich jetzt zum Beispiel Sleeping Dogs spiele Oder Max Payne Oder irgendein Spiel Eben mit Durchgehender Story Wo es am Ende Dann einfach zu Ende ist Und dann kommen die Credits Das ist einfach Bei Realm of the Mad God Nicht Das ist einfach Bei Shakes and Fidget Nicht Das ist einfach Bei allen anderen Games Die ich momentan spiele So Das ist bei Online Games Nicht Online Games Sind darauf ausgelegt Eigentlich Gut Es gibt bei den meisten Rollenspielen Ein Level Irgendwann erreicht man Das Maximallevel Aber es kann nie zu Ende sein Man wird nie alle Items haben Man wird nie alle Okay alle Bosse Kann man bezwingen Aber es ist einfach Da müsste man wirklich Nur ein Spiel durchsuchen Und wenn ich das alles Zum Beispiel jetzt in Realm of the Mad God Erreichen wollen würde Dann müsste ich immer nur Dieses eine Spiel spielen Und so wenn ich jetzt Zum Beispiel sage Okay Realm of the Mad God Ich hatte echt viel Spaß Ich habe jedes Mal dann Angekündigt auf Facebook Wenn ich zocke Haben alle mitgespielt Es war glaube ich So gut wie jeder Der ins Video wollte mal Hat es irgendwann mal geschafft Mit mir gemeinsam zu spielen War im Video Hatte Spaß Hat mir Items gegeben Und so weiter Nehme ich mir den Wegen 3 Intelligenz Aber wenn er schon so kommt Nein Nein Das kann ich nicht machen Ja und Es fiel mir wie gesagt Schwer Das zu beenden Und ich habe gehofft Dass Da nicht solche Diskussionen Ausbrechen Aber es sind ein paar ausgebrochen Und dann habe ich Leute verteidigt Dann hat der Nächste gesagt Wieso verteidigst du den Schilling Er soll das Spiel Spielen Sei nicht so ein Fanboy Und dann hat sich der verteidigt Weil er mich verteidigt hat Und das ist dann irgendwie Hat mir gar nicht so gefallen Ich mag so eine Stimmung In den Kommentaren nicht Aber ja Okay Es ist ein Ja Echt heikles Thema Weil viele Haben Realm of the Mad God Sehr gerne geschaut Aber Ja Es war einfach für mich zu Ende Das Spiel war Für die Let's Plays zu Ende Weil ich schon alles gezeigt habe Ich könnte jetzt noch zeigen Wie ich weiße Säcke farme Oder irgendwelche geilen Items farme Oder die Bosse Andauernd abfarme Aber im Prinzip Habe ich so gut wie alles Mal einmal gezeigt War überall mal Gut Die Hardcore Spieler werden jetzt sagen Nein du warst bei diesem Event nicht Und bei dem Event nicht dabei Vielleicht bei einem Event Wo ich noch gar nicht gespielt habe Aber im Prinzip ist es zu Ende Und Die Quintessenz Von meinem Monolog ist jetzt Hat nicht nur mit Realm of the Mad God zu tun Sondern mit allen Online Games Die ich so spiele Wenn ich irgendeins mal von denen Für mich durch habe Und Praktisch beendet Jetzt zum Beispiel Mit Hero Zero Kam schon länger kein Video Weil ich einfach Beim letzten Video Alle Spezialeinsätze Als erster vom Server Muss man sich auch mal Vor Augen halten Als erster vom Server Vollendet habe Und für mich irgendwie An dem Punkt habe ich das Spiel Besiegt Ich habe das Spiel besiegt Auch wenn man ein Online Game Nicht besiegen kann Vor allem nicht so eines War es für mich irgendwie Der Reiz dann weg Weil ich die eben als erster Vom Server alle besiegt habe Und dann habe ich eben Nicht mehr so meine Energie gemacht Dann wurde es immer weniger Und momentan logge ich mich Nur noch zum Beispiel In Hero Zero ein Um mich zu den Gildenkämpfen Zu melden Zu den Teamkämpfen Weil das finde ich Unter aller Sau Wenn man sich Wenn man da in einer Gilde ist In einem Team In einem guten Team Und sich dann nicht meldet Zu den Kämpfen Kann man ja mal Ein bisschen Pause machen Aber zu den Kämpfen Muss man sich Einfach melden Weil das ist sonst schon Eine Frechheit Ja also den Charakter Gibt es noch keine Sorge Aber okay Jetzt ist ein Sondereinsatz Zum Beispiel in Hero Zero Dazugekommen Jetzt könnte ich wieder anfangen Dann habe ich ihn irgendwann Wieder durch Und ja Das war einfach für mich Ich hatte sehr viele Folgen Von dem Spiel Und da muss man sehr viel klicken Jetzt habe ich mal ein bisschen Pause gemacht Und in der Zeit Wo ich die Pause hatte Weil man glaubt es kaum Aber so ein Klickspiel Wenn man noch 10 andere Browser Games dabei hat Und ich spiele noch Sehr viele andere Browser Games Über die ich keine Videos mache Wie gesagt nur zum Spiele testen Kosten einfach sehr viel Zeit Und ich habe gemerkt Wenn ich da ein paar reduziere Habe ich viel mehr Zeit Für andere Projekte Auf einmal fallen mir Ideen ein Wie Facecam Gameplay Einfach irgendwelche Games So Gameplays rauszuhauen Mal ein Horror Game Auch anzuzocken Ein kostenloses Wie zum Beispiel Hyde jetzt Oder ich hatte noch Ein paar andere Ideen Für die brauche ich aber Noch andere YouTuber Dass die dann Zeit haben Das wird dann alles erst gehen Sobald ich dann ausgezogen bin Geht das dann viel besser Dann bin ich noch flexibler Mit der Zeit Ja aber Man darf sich nicht zu viel Aufbrausen Aufheimsen Und wenn ich jetzt Wie gesagt mal Ein Spiel beende Dann weiß ich Okay Room of the Mad God Das chill jetzt erstmal Das mache ich vielleicht nochmal In einem Livestream Das mache ich in einem Speziellen Projekt Ich will ja da gar nicht Zu viel verraten Aber Da ist was im Busch Da ist was im Busch Ja und Natürlich sind dann die Leute Sehr traurig Und ich bin dann auch traurig Ich will es natürlich Irgendwie Es geht nicht Aber ich will es natürlich Irgendwie allen recht machen Deswegen wie gesagt Die Entscheidung ist mir Nicht schwer gefallen Nicht schwer gefallen Genau Nicht leicht gefallen Es tut mir wirklich sehr leid Für alle die Vielleicht nur wegen Realm of the Mad God Sogar da waren Aber es gibt noch andere Games Und wenn nicht dann Ja Kann man eben bei mir Nichts mehr schauen Muss warten bis Mal was besseres Von mir nachkommt Immer diese mittelmäßigen Letzten Quests Die wäre gut Aber wieso ist dein Item dabei Ohne dem Item Wäre das locker Zwei bis dreihunderttausend Erfahrung Ja und deshalb Muss man mal so überlegen Diese Online Games Man will immer Dass ich mehr mache Und ich will auch Mehr verschiedene machen Ich will nicht nur An drei Games hängen bleiben Aber im Endeffekt Will man dann auch nicht Dass ich aufhöre mit einem Aber ich kann nicht mehr machen Wenn ich nicht mit irgendeinem aufhöre Und für mich wie gesagt Das Game Realm of the Mad God Es war einfach für mich Durchgespielt Alle Klassen freigespielt Ich könnte noch Fame farmen Und dies und das Ich habe sogar eine Gilde extra gegründet Für Spiele Trend für die Community Habe ich sogar Nächte lang durchgefarmt Ohne Videos Nur dass ich dieses Ziel machen kann Was ich versprochen habe Rang 38 Und jetzt weiß ich auch Warum ich immer aufsteige Weil ich vergesse das Ganze Man bekommt ja auch Ära für die Quests Irgendwie 10 bis 20 Ära für eine Quest Das kann ich jetzt leider nicht mehr Nachschauen genau Aber das Das verpeile ich ja total Deshalb steige ich auch im Rang Und wenn ich da sofort Zack Alle Quests auf einmal überspringen Na klar steige ich dann Okay Ins Klo habe ich was geschmissen So Jetzt hier den Hütchenspieler Den vergesse ich ja leider manchmal Ähm Moment Ja für die Challenge Es ist Sieht momentan so aus Auf Facebook Ich mache das dann noch speziell Ich habe das schon Ich bin da schon gut organisiert Das wird schon alles noch Seine Organisation haben Oh so ein geiler Helm Aber das ist meins Einem meiner neuesten Epics Ja Zum Beispiel drei Games Wie Shakespeare die ganze Zeit Let's Playen Und ich habe mich eben jetzt Für Shakespeare entschieden Als Haupt Browser Games Sozusagen Weil Browser Games Kann man irgendwie nur schwer Let's Playen Ja und Realm of the Mad God Ist eben beendet Wenn ich jetzt zum Beispiel In Seven Core dann Level 80 bin Level 80 ist das Maximum Und wo sich bei Seven Core Einige aufregen Dass da jetzt so viel kam Aber jetzt kommt sowieso Nur einmal eins pro Tag Wenn ich da Level 80 bin Ist es auch mal zu Ende Und wenn ich alle Quests durch habe Da werde ich auch nicht Dann jeden Boss Noch hundertmal in den Videos Abfarmen Bis ich jedes Item habe Obwohl das möglich wäre Man kann einfach so ein Game Nicht durchspielen Aber für mich ist es dann Mit Level 80 Wenn ich mal in jeder Instanz Drin war Ist es erstmal durchgespielt Für mich So ist es einfach Ich bin ein Let's Player Und da muss man Manchmal Kompromisse eingehen Aber wenn das zu Ende ist Kann ich dafür Ein neues Game anfangen So muss man es auch sehen Und ich bin jetzt schon Sehr stark am Suchen War gestern Abend So lange munter Hab mir Hunderte ist übertrieben Aber Locker 5 bis 7 Games Runtergeladen Und die Alle stundenlang angezockt Ja das Richtige War leider noch nicht dabei Aber ich bin noch Auf der Suche Und bald wird es dann Natürlich wieder auch Ein neues Let's Play geben Statt Realm of the Mad God Und ja Die eine Mission War ja Das Spiel mal vorzustellen Weil es ja wirklich Eigentlich ein Geiles Game ist Muss man sagen Und sehr viele Leute Haben sich gefreut Dass ich das überhaupt Vorgestellt habe Weil ohne mich Hätten sie das nie gefunden Das heißt eine Folge Hätte ja rein theoretisch Schon gereicht Und die Spielt es dann einfach Lieber selber Als mir zuzusehen Und so Ja 30 Folgen Hallo Ist auch eine Menge Für so ein Game Wo man eigentlich Immer nur eine Klasse In 15 Minuten Auf Level 20 hochlevelt Also Bitte da ein bisschen Nachsichtig sein Ich fühle mich so Als müsste ich mich Rechtfertigen Und irgendwie Bin ich euch das auch schuldig Deshalb will ich da jetzt Auch so Fasle ich da auch So lange herum Aber es ist Es ist echt Nicht leicht hier so Ein unendliches Online Game Irgendwie zu Beenden Und endlich zu machen Ja Es Fällt mir echt schwer Und ich kann mich An niemanden richten Weil Sowas gibt es kaum Ich sehe kaum Let's Player Die so Online Games machen Wenn zum Beispiel jemand Guild Wars macht Oder irgendwie Diablo Das auch so In etwa Online Games sind Diablo kann man durchspielen Aber auch das kann man nicht Durchspielen Wenn man das einmal Auf Level 60 hat Gibt es dann auch Die Paragon Levels Bis 100 Die man kaum erreichen kann Wenn man nicht suchtet Dann kann man auch Auf erhöhten Schwierigkeitsgraden spielen Auch da kann man im Prinzip Nie einen Schlussstrich ziehen Aber irgendwann hört man Dann einfach auf Als Let's Player Oder Guild Wars Genauso ein Thema Auch da hören jetzt Sogar schon Leute auf Einfach weil sie merken Es ist zu umfangreich Und Deshalb Bitte nicht Immer einen Online Game Let's Player wie mich Vergleichen mit einem Anderen Let's Player Der Sachen macht Ja eben wie Offline Games Die eine feste Story haben Die man in 4-5 Stunden Durch hat Und dann ist finito Das bin ich eben Einfach nicht Solche Games Will ich nicht spielen Weil Da sehe ich auch gar nicht So den Sinn Weil im Prinzip Kann man das selbst spielen Und es ist immer Und es ist immer eins zu eins Dasselbe Okay manche Games gibt es Da kann man irgendwie Die Story lenken Wie auch immer Aber hier in einem Online Game Da hat man ja alle Möglichkeiten Da kann man machen Wo und will Und wohin man gehen möchte Und Quests hier Oder Quests dort Oder mache ich die Instanz Oder das Und das finde ich irgendwie So spannend Und da Ja Deshalb kann man so ein Game Nicht durchspielen Das will ich damit sagen Morgen kommt dann Ein spannenderes Thema Was Shakes & Fitcher angeht Aber auch solche Themen Müssen behandelt werden Ich habe bald ein eigenes Format dann Was so einmal im Monat rauskommt Wie gesagt Mit ein bis zwei anderen YouTubern pro Folge Und da wird es auch Einen Bereich geben Wo dann solche Themen Immer geklärt werden Weil ich fühle mich irgendwie Ich möchte ab und zu So Themen besprechen Einfach die Allgemein Nicht jetzt ein Spiel betreffen Sondern die Abonnenten Irgendwie Was so auf meinem Channel abgeht Und da wird es bald auch So einen kleinen Themenbereich geben Auf das freue ich mich schon Weil das ist mir Natürlich sehr wichtig Ich weiß Ich will nicht sagen Fanbetreuung Oder irgendwas Aber es ist einfach so Wir sind hier auf YouTube Und nicht bei einem Fernsehsender Wo man die Wahl hat Zwischen Kanal 1, 2, 3 und 4 Sondern hier Hat man alle Möglichkeiten Wenn ihr mir was sagt Dann hüpfe ich danach Dann wird das so gespielt Wenn ihr auf YouTube Auf Facebook Irgendeine Umfrage So beantwortet Dann wird das so gemacht So sieht es einfach aus Im Schneckenhaus bei mir Und das ist mir wie gesagt Sehr wichtig Ich mache jetzt mal Pilz sparen Da kommen noch Drei Versuche hier Den Rest hebe ich mir Für das Epic Event Auf Ich hoffe Ihr seid mir jetzt nicht eingeschlafen Bei dieser Phaselei Das wollte ich nur mal loswerden Keine Sorge Mit Jake's und Fidget Werde ich vermutlich Erstmal Nicht aufhören Es sei denn ich habe mal Irgendwann 130 Dungeons Aber das kann noch Monate dauern Bis dahin fallen mir noch 100 andere Projekte Zu diesem Game ein Vielleicht fällt mir ja auch Ein Projekt noch zu Realm of the Mad God ein Aber kein Let's Play Das ist eben wie gesagt Zu Ende Sozusagen So Rang 39 Wieso bin ich jetzt gesunken Das gibt es ja nicht Hat mich jetzt für angegriffen Ich leere das jetzt nochmal Es hat zwar keinen Sinn Weil es immer gleich wieder voll ist Und dann komme ich mir blöd vor Wenn jemand geschrieben hat Und ich kann nicht auf jedes antworten So komm Kann ich mich noch nach oben schlagen Uh Der hat gute Tränke Schnute ist bei Game Over Die greife ich nicht an Hier keine Tränke Keine Tränke Keine Tränke Komm Keine Tränke 5887 Da gibt es immer noch so eine Chance Und dann so weggerotzt Bam Naja okay schade Habe ich jetzt was verloren Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst Ich glaube die war so weit oben Dass ich nichts verloren habe Oder komm Revanche Eine Revanche Okay das war schön Das war noch schön Sammelalbum sogar auch noch Da geht es jetzt schon langsam voran Aber das passt schon noch Das passt schon noch In etwa Genau 100% geschafft Vom Level Up Das heißt Maximal eine Woche nach dem Epic Event Dann räume ich noch im Dungeon auf Dann habe ich alle Ziele erreicht Und dann freue ich mich schon Auf die Challenge Je nachdem Und dann vielleicht auf die Auf das nächste Tagebuch Ja liebes Tagebuch Schauen wir einfach mal Wie gesagt die Gilde habe ich schon Die wird wahrscheinlich Festung 50 Und der Rest bleibt auf 50% Und ohne Sammelalbum Ich habe Kritik bekommen Dass es vielleicht zu schnell geht Aber ohne Sammelalbum Und mit 50% nur ausgebaut maximal Wird locker 2 Wochen dauern Und 2 Wochen muss man mal durchhalten 300 Alu Das ist ja eher ein Sonderfall Dass man das echt 2 Wochen durchgehend macht So wie ich zum Beispiel auf S20 Jetzt schon Bäm Ich kann sowieso Wie auch immer Liebes Tagebuch Danke fürs Zuhören Deine Seiten sind jetzt echt schon voll Ich habe heute so viel gelabert Und hau rein Hau rein Zauberspruch Lass es nicht sein Ein paar Tage hast du mich noch Joch U-M-I-G-A-S, da-schne-f-ne-s-kish!